Praxis-Professor Dr. Med. Jörn Elzner. Ihre Adresse für Fragen rund um die Haut in Bremen. Nur einen Spaziergang vom Bremer Hauptbahnhof entfernt finden Sie unsere Hautarztpraxis. Unmittelbar am Stern gelegen sind wir optimal für Sie erreichbar, egal ob Sie mit Bus und Bahn zu uns kommen oder mit dem Pkw. Direkt am Haus haben wir Patientenparkplätze für Sie reserviert. Unsere Räumlichkeiten erstrecken sich über zwei Etagen, die Sie ganz bequem mit dem Fahrstuhl erreichen. Hier in der dritten Etage erwartet Sie ein freundliches Team. Ihren Aufenthalt in unserer Praxis wollen wir Ihnen so angenehm wie möglich machen. Warme Farben, eine moderne und wohltuende Einrichtung sorgen für Atmosphäre. Unser Behandlungsspektrum ist breit gefächert, sodass Sie mit allen dermatologischen Fragen zu uns kommen können. Wir kümmern uns um Patienten mit Allergien und führen Tests und Hyposensibilisierungen durch. Hautausschläge, Eczeme oder ästhetische Fragestellungen haben wir im Blick. Wir bieten Ihnen auch die wichtige Hautkrebsvorsorge an. In unserem ambulanten OP führen wir die optimale Behandlung durch. Ein großer Schwerpunkt unserer Praxis ist die Therapie mit verschiedenen medizinischen Lasern. Wir entfernen damit störende Hautmale, Haare und Altersflecken, verbessern die Hautstruktur und therapieren Besenreiser. Im vierten Stock ist unsere große Badelichtabteilung. Patienten, die unter Schuppenflechte leiden, bieten wir hier die Möglichkeit einer ambulanten Badelichttherapie. In angenehmer Atmosphäre können Sohle-, Foto- oder Puva-Therapien wahrgenommen werden. Mit welcher Frage Sie auch kommen mögen, mein Team und ich nehmen uns die nötige Zeit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.